hallo liebe pfeifenfreunde wer hätte vor einem jahr gedacht dass das kommende jahr sich so ganz anders präsentiert wie wir uns das vorgestellt haben wie wir es gewohnt sind wie wir es praktiziert haben da kommt so ein kleines viecher daher und daraus resultierende auflagen an uns die schränken uns in unserer freiheit in unseren bewegungsmöglichkeiten und dessen was wir gerne machen und vollbringen möchten doch stark ein aber nun ist es nun mal so wir müssen uns den beugen wir müssen da versuchen das beste daraus zu machen es war wieder eine dieser vielen sondersendungen der ARD da sagte Rainer Hasselhoff der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt wir wollen weihnachten retten bezog sich dabei auf entsprechendes verhalten eventuell den lock down etwas zu lockern um weihnachten doch etwas weihnachtlicher zu machen dass familien zusammenrücken können größerer schar und entsprechend wie gewohnt das weihnachtsfest zu feiern aber genau das gegenteil ist im moment bei uns der lock down greift so hart so fest dass bei uns alle gottesdienste bis einschließlich 10 januar untersagt sind und wir müssen auch jetzt das beste daraus machen denn das leben geht weiter weihnachten steht vor der tür für viele ist es ein fest was gefeiert wird der entspannung arbeitsfreie tage reichlich essen trinken und weihnachten ist vorbei viele menschen werden einsam sein trauern weil sie einen lieben angehörigen verloren haben und es wird für die auch dieses jahr ein anderes weihnachtsfest sein egal ob mit oder ohne covid 19 und an diese menschen denke ich aber auch diesen menschen gilt gerade die frohe botschaft dass gott alle ihre tränen abwischen wird er bei ihnen sein will und sie auch in düsteren zeiten begleiten und tragen möchte durch ihr leben hindurch viele menschen haben sorge um ihren arbeitsplatz viele haben ihn bereits verloren durch den virus viele menschen haben finanzielle probleme familiäre probleme und auch ihnen gilt christ der retter ist da weihnachten ist ein nicht ein fest nur des essens und trinkens welches wir feiern seit wir kinder sind weil wir es so gewohnt sind sondern wir feiern die geburt jesu im stall von bethlehem und die drei weisen aus dem morgenland die brachten geschenke mit gold weihrauch und mürre und es waren symbolische geschenke denn das gold zeugte von seiner herkunft seines edlen erscheinens seiner seltenheit und wertvoll lichtlichkeit von jesu herkunft von seiner reinheit weihrauch es war gott ein wohlgeruch dass er seinen sohn in diese welt geschickt hat und dass sein sohn diesen weg gegangen ist um uns zu erlösen und mürre ist eines der kostbarsten aber auch das bitterste gewürz im orient und es war ein symbol für die bitterkeit des leidensweges jesu christi ich denke ich bin ein angesehener bürger in unserem ort und auch über die grenzen hinaus das ist mir sehr wohl bewusst dass mich nicht jeder mag aber nicht alle menschen mögen alle nicht einer mag alle und nicht alle mögen ein es ist nun mal so in unserer zeit und auch damit müssen wir leben und das beste daraus machen aber darum geht es eigentlich gar nicht wie wir vor menschen dastehen welches ansehen wir genießen sondern die alles entscheidende frage ist die vor die jeder steht wie stehe ich vor gott da welches ansehen habe ich bei gott der mensch ist geliebt von gott ist auch ein geschöpf gottes aber das macht ihn nicht zu einem kind gottes und ich glaube was für jeden menschen zutrifft wie auch für mich ich habe in meinem leben so viel schuld auf mich geladen so viel versäumnisse haben mich begleitet so viel fehler habe ich gemacht die das sind wie der sand am timmendorfer strand das schlimme daran ist ich selbst kann nicht ein sandkörnchen wegnehmen dieser schuld ich kann nichts bereinigen und wenn ich vor gott stehen würde so hätte ich auf tausend fragen nicht eine antwort es bedarf eines rechtsanwaltes eines beistandes es bedarf einer der mich begleitet und mich vertritt und dazu ist jesus christus in diese welt gekommen um der welt sünde zu tragen um die menschheit zu erlösen wir tauschen weihnachts geschenke aus wir werden beschenkt und es ist ein spiegelbild von dem was gott uns schenkt er schenkt uns seinen sohn und im glauben und im glauben dass gott seinen sohn in diese welt gesandt hat und dass er in der lage ist der welt sünde zu tragen dass wir seine leidens seinen leidens und erlösungs weg annehmen das macht uns zu gottes kinder und mit erden seines reiches und so bin ich gewiss dass am ende meiner tage auf dieser welt ich durchgehe ich durchgehe wie durch eine tür in gottes ewiges reich egal was noch kommt egal was noch sein wird jesus weiß es er wird mich führen und tragen so wie er mich all die jahre bis auf den heutigen tag geleitet und getragen hat viele menschen meinen wenn ich an christus glaube so werde ich eingeengt so werde ich eingepfercht meine bewegung meiner bewegungsfreiheit beraubt aber genau das gegenteil ist der fall denn der glaube an ihn stellt uns auf einen weiten raum wir haben ganz andere perspektiven wir haben ganz andere hoffnungen nämlich die die weit über den tod und weit über das grab hinaus gehen pfeife rauchen pfeife und tabak genießen ist eine wunderbare sache es gibt auch andere genussmittel und andere dinge die unser leben erfreuen das soll auch so sein das darf auch so sein aber ich denke die größte freude ist die wenn ich wissen darf mein heiland kam für mich um mich zu erlösen um meine schuld zu tilgen und ich bin frei und ich bin sein eigentum das wünsche ich euch von ganzem herzen dass ihr darüber nachdenkt dass ihr euch gedanken um sinn von weihnachten macht dass ihr weihnachten mit euren familien in freude in ruhe in besonnenheit und in zufriedenheit feiert in dem wissen das größte geschenk was wir empfangen dürfen und empfangen konnten das ist das geschenk gottes welches er in liebe zur menschheit gegeben hat seinen sohn jesus christus für mich auf das ich leben soll auf das ich einen fels habe der nicht wankt ein fels auf dem ich mein leben gründen und führen kann komme was da wolle ja das wünsche ich euch ich wünsche euch alles alles gute bleibt gesund und mir bewogen ich danke an dieser stelle für euer zusehen für eure aufmerksamkeit und sag ganz einfach mal macht's gut bis zum nächsten mal tschüss